Also kurz und gut, die Sache mit Papa ist akut geworden. Es handelt sich um eine verhältnismäßig lächerliche Summe 30.000 Kulten. Lächerlich? Die in drei Tagen herbeigeschafft werden müssen, sonst ist alles verloren. Denkt ihr, ein Advokat, ein berühmter Advokat, der... Nein, ich kann es gar nicht niederschreiben, ich kämpfe immer so mit den Tränen. Also was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was wollt ihr denn von mir? Ja, Papa, ich werde dich retten. Es ist ja auch ganz einfach. Ein paar Worte, ganz nonchalant. Das ist ja mein Fall. Hochgemut. Mein lieber Herr von Dorst, hätten Sie vielleicht einen kleinen Moment Zeit für mich? Ich bekomme da eben einen Brief von Mama. Sie ist in augenblicklicher Verlegenheit, wie mehr der Papa. Ja, aber natürlich, mein Freund, selbstverständlich. Um welche Summe handelt es sich denn? Nein! Es handelt sich um eine Bagatelle und da steht alles auf dem Spiel. Ich rede so blöd daher wie eine Kuh. Aber beruhigen Sie sich doch. Oh nein, äh. Das hat er nicht gesagt. Was steht denn in dem traurigen Brief von Mama? Mir zittern die Knie. Die Mama schreibt mir, dass der Papa kusset. Was ist Ihnen? Es ist nichts, gar nichts Besonderes. Kommen Sie. Die Mama schreibt mir, dass der Papa kusset. Der Papa kusset. Der Papa kusset. Also, entscheiden wir uns. Oder entscheiden wir uns. Die. Entscheiden wir uns. Das ist wieder 65. Ja, nein.